Es gibt nichts besseres im Winter als eine schöne Tasse heißer Tee. Also eine Tasse für mich und eine für meine schöne Kameraplan. Ich kann mir eine leisten. Mir ist nur ein bisschen kalt, deswegen werde ich mich kaufen mit einer Tasse heißen Tee. Der Winter ist ein bisschen dreckig, weil der Schnee macht alles schwieriger. Es schmilzt dann an die Handschuhe und es wird alles zu einer matschigen Sauerei. Man sieht genauso aus. Das ist ein bisschen tief, oder? Das ist ein bisschen tief. klingt interessant ein YouTube, so heißen die in Sondler Sprache, ein YouTube Sondler Sprache Sondler Sprache Sondler Sprache Bogen Sondler Sprache Anfänger das schlimmste was man auf einem spülplatz finden kann verschraubung mit glasscherben deswegen hat man auch schutzhandschuhe d d d d d Untertitelung des ZDF, 2020 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 ZDF, 2020